Ich hatte gerade ein wunderbares Feedback-Gespräch und da ging es darum, wie die Person einen Vortrag vor der Gruppe gehalten hat. Und grundsätzlich war richtig viel Gutes dabei und ich hatte so ein, zwei Punkte, wo ich dachte, an denen kannst du gerne noch arbeiten. So, rangegangen, gesprochen und ich merkte plötzlich, hey, die Person sieht viele Dinge anders, als ich sie gesehen habe. Das Schöne ist, wir nutzen immer die Kamera, sodass die Person auch wirklich nochmal selbst gucken kann, was ist da passiert. Und ich denke so, hm, was passiert denn da gerade? Ich sage etwas und sage, nee, das habe ich ganz anders bemerkt, ganz anders gesehen. Ich denke, wow, das ist aber spannend. Und ich denke sofort an das sogenannte Johari-Fenster. Das Johari-Fenster sind so vier Felder und da gibt es einen sogenannten blinden Fleck. Alle sehen, was bei dir ist, nur du selbst nicht. Du hast hinten auf dem Rücken, kennst du das, so ein Post-it drauf. Da steht drauf hier, ich bin und alle sehen es. Du kannst es nicht sehen. Oder da gibt es auch dieses sogenannte Geheimnis. Du schleppst etwas mit dir rum, was andere nicht sehen können. Was quasi hinter verschlossenen Türen passiert. Und dann gibt es auch noch die Öffentlichkeit. Gibt es das, du weißt es, angewissens steht öffentlich in der Zeitung, ist öffentlich im Fernsehen, ist öffentlich bekannt. Und dann gibt es auch noch das Feld, niemand weiß es. Du nicht, wir nicht, das ist das Unbekannte. Nach diesem Johari-Fenster ist es so, dass die Menschen einfach nachdenken und sagen, ich sehe das nicht so. Weil du hast nicht gesehen, was ich in der Kamera oder live gesehen habe. Und da kommt, nö, das ist nicht so. Das stimmt nicht. Das stimmt ja so überhaupt nicht. Man wehrt sich, man weigert sich, das anzuerkennen, wenn man es selbst nicht sieht. Andere es aber wahrnehmen. Und das ist das Interessante. Wenn du irgendwo mal bist, dann wirst du merken, wow, stimmt. Ich habe Dinge nicht wahrgenommen, was andere wahrnehmen. Und das ist interessant. Wenn du ein Kritikgespräch führst, ist es wichtig, das unbedingt dem Ich zu machen. Also ich habe wahrgenommen. Du, ich habe gesehen. Denn mir ist aufgefallen, weil es ist so enorm wichtig. Nicht, du hast falsch gemacht. Du hast, sondern ich habe wahrgenommen. Möglicherweise hat jemand anders, der neben dir sitzt, das so überhaupt nicht gesehen, gerade in dem Moment gezwinkert. Und dadurch ist etwas einfach nicht aufgefallen. Oder du warst kurz mit dem Gedanken woanders. Und das ist deswegen nicht wahrgenommen. Das Johari-Fenster ist eine wunderbare Sache zu verstehen. Warum nehmen Menschen Dinge unterschiedlich wahr? Weil sie einfach eine unterschiedliche Sicht haben. Und möglicherweise hörst du sehr genau hin, während eine andere Person sehr genau hinschaut. Möglicherweise fühlst du gerade in dem Moment etwas, wo eine andere Person überhaupt nichts fühlt. Bitte einfach mal darauf achten. Akzeptiere, Menschen können Dinge unterschiedlich sehen. Menschen können Dinge unterschiedlich wahrnehmen. Es ist so wichtig, da zu akzeptieren. Ja, du hast deine Sicht und ich habe meine Sicht. Gleichzeitig ist es wichtig zu sagen, ich nehme das an, das Feedback und prüfe mal. Ich fühle mal in mich rein. Wie ist denn das? Wenn du das kannst und das ist ein Versprechen, wirst du merken, wow, dann wird sich dein Leben verändern, weil du einfach Feedback ganz anders annimmst und das anders bewertest. Lass uns noch kurz beim Johari-Fenster bleiben. Das Johari-Fenster bedeutet eins, wenn dir mal irgendjemand etwas sagt, was du nicht siehst, also der sogenannte blinde Fleck, achte darauf, dass du vielleicht noch eine zweite und eine dritte Person hast, die dann vielleicht nochmal auch ein Feedback gibt. Die sagt, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Oder, nee, habe ich noch nie gesehen. Manchmal ist es so, dass es von der Person eine einzelne Sache ist und sie möglicherweise sagt, ist gar nicht so. Einfach mal darauf achten, wie ist das Feedback, ist das ein Einzelwert oder kommt es öfter vor? Und wenn du das merkst, wirst du sehen, okay, ja, da kann ich besser mit umgehen, da kann ich besser mit arbeiten. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich packe dir hier unten drunter nochmal den Online-Kurs Feedback-Gespräche hin. Ich freue mich, wenn das für dich interessant ist und du beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn wir uns um das Thema Rhetorik, Kommunikation und wie wir miteinander reden kümmern und dir einfach den Alltag erleichtern. Schönen Tag und bis demnächst. Schönen Tag und bis demnächst.